Moin so zusammen, wieder am Start mit Road2Blatin. Rico ist wieder dabei, hallo Rico. Hallo. Ja, wir sind wieder bei der Bottom, wie beim letzten Game, was eigentlich recht gut geklappt hat. Mal schauen, wie es dieses Game wird. Hat wieder fail ich halt, weil ich einfach... Sieht mich gerade, ich sehe aus wie so ein Lauch. Voll kaputt. Hab hier noch eine Banane, weil ich gerade noch schwimmen komme. Ja, ich hab Sport getan. Leute, Sport ist Mord, sag ich euch. Und jetzt ist der Lauch eine Banane. Es wird heute nicht so unprofessionell. Ja, gut, wenn wir jetzt bei uns professionell. Ist ja die andere Frage. Ja, wir haben noch einen Garen im Team. Einen Warwick und einer Akali. Jalawalla. Jalawalla ist der Garen. Ich schwöre schneller. Ich reg mich jetzt nicht darüber auf, weil, ach, schwachsinnig. Ach ja, im Gegner-Team. Hatten wir ein Set Mitte, ne Miss Fortune und ne Lulu Bottom, ne Jax Toplane und ne Mumu im Jungle. Was ich euch jetzt sagen wollte, ja. Ich glaube, ich bin gar nicht auf die kompletten Änderungen von der Season 5 Eingang. Glaub ich mal. Erstens, die Map ist anders. Was du hier schon gesehen hast. Der Tower ist, glaube ich, noch normal. Richtig? Ah ne, der macht Flächenschaden, oder? Er blockt 30 Damage und Champion Basic Attacks. Du bist ja gut informiert, dass du selber lesen musst. So, der zweite hier gibt ein Schild. Und dasselbe wie der erste. Der dritte Tower ist voll Laser. Ja, der dritte macht voll Laser. Du siehst die Laser schon. Nilskin hab ich übrigens bekommen, als, dass ich netter Beschwerer war. Du hast es erzählt, ja. Den hab ich mal aus einem Mystery Gift gekriegt, von unserem Game. Das ist auch gut. Ja, wie in den vorigen Folgen, der Trey gibt drei Buffs. Der erste ist der Attack Speed. Der zweite, glaube ich, Movement Speed, oder? Ja, Movement Speed. Der dritte macht mehr an Vasallen. Der vierte macht mehr an Tower. Und der fünfte verstärkt alles noch mal ums Doppel- oder ums Dreifacher? Ich glaube, ums Dreifacher, oder? Dreifach. Ne, er hat doppelt mal nicht. Dreifach war mal. Und ich glaube, das haben sie auch nicht gesetzt oder so. Naja, er war ja schon ein bisschen heftig, muss man ehrlich sagen. Dreifach. Und, äh, der war, ähm, der Attack, ähm, Buff. Appell Depot und... Damage wurde von sechs, von acht Prozent auf sechs reduziert. Das war früher auch acht. Gut, das war auch hammerhart im Late Game. Und ich merke gerade auch, dass ein bisschen die Chem lag, aus irgendeinem Grund. Fragt mich nicht, warum. Heute ist gerade irgendwie alles nicht gut. Zimmer hinten auch nicht aufgeräumt, wenn ihr's vielleicht seht. Aber die gehen ja schon ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen, oder? Wie immer. Ist auch ne Lulu. Muss ich auch, also sie macht ihren Job da, so wie das... zu machen hat. Gut, keiner trifft ihn. Hey! Das hat grad total geleckt, ey. Okay. Zum Glück hatten sie keine Wischen auf dich. Na, ich glaub, sie haben sich auch einfach nicht getraut. Hat zu viel, oder? Ich hab nichts benutzt, ne? Achso. Ja, aber ich... Gut. Ich hab jetzt auch nichts benutzt. Exhaust draußen. Vielleicht haben sie sich ja nicht. Ja, ich hab's ja nicht. Hattest du hier noch einen extra Mod geholt, oder was ihr Trinket? Was ihn da noch mal gesetzt hat? Ich glaub, es war ja ihr Trinket noch mal. Zum zweiten Mal. Mhm. Ach ja, ach ja, ach ja. Hast du dir von dieser neuen Holo-Brille gehört? Von Microsoft? Von Gott? Hm, ja. Im Moment sind diese ganzen VR-Dinger doch sowieso voll drin. Seit Oculus. Wie findest du das? Hab ich noch nie aufgehabt. Ich find's interessant. Achso, ne, ja. Aufgehabt hab ich's auch noch nicht. Ne, aber ich mein halt, ähm, jetzt die Idee her. Ich bin... Die Idee ist gut. Allerdings weiß ich nicht, wie der Markt dafür steht. Ob da... Also alle sind dafür, glaub ich, äh, ganz schön so gehypt und sagen sie hier... Aber... Ich bin zum Beispiel auch kein Typ für 3D-Kino. Ich mag das gar nicht. Gar nicht? Krass. Allerdings kann das auch daran liegen, dass ich halt Brillenträger bin und dann muss ich eine Brille auf der Brille tragen. Achso, na. Das ist ganz schön unangenehm. Und ich hab auch noch keine gute Brille auf gehabt. Also nicht irgendeine, die jetzt so wirklich mal gut sitzt, die auch mal mehr als 10 Euro kostet. Oder die aus dem Kino, die ja fast für geschenkt ist. Achso. Ah, okay. Die sind wie im Kino fast. Allerdings hab ich hier Shatter-Brillen und nicht diese... Hast du irgendwie... noch mal. Fällt dir irgendwie räumliches Sehen oder so? Nee, eigentlich nicht. Nee, weil mir ne Schwester zum Beispiel ist es total schwester, nicht? Ich hab... Ich hab ne Farbschwäche. Also ohne Brille sehe ich alles so in einem... Grauton, sag ich mal. Ein bisschen mehr. Wie als wenn da so ein Filter drüber ist. Okay. Ansonsten geht alles gut. Ohne Brille macht's halt keinen Spaß. Ja, klar. Also als ich immer im 3D-Kino war, musste ich auch öfters mal die Brille absetzen. Das ist halt ein bisschen nervig. Ja, mir tun danach auch sehr die Augen weh. Muss ich ehrlich sagen. Wie nach dem Sprung. Im Kino haben wir mal Avatar in 3D geguckt und der geht ja nicht nur ein App-Schein drauf. Das war schon ganz schön heftig. Kann ich mir vorstellen. Es sah aber auch gut aus, als es hat sich gelohnt. Ja, Avatar war glaub mit einer... Ne, nicht der ersten will ich jetzt gar nicht sagen. Ne, stimmt gar nicht. Aber mit einer der krassesten in 3D. Muss man ja nicht sagen. Ich glaub ich hab damals Spy Games 3 geguckt. In 3D. Das war noch so komplett Anfangszeit von 3D. War so cool. Ah, klasse. Trotzdem Damage abgekommen. Ey, das war richtig gut ey. Das war... Na gut, da war ich auch noch sehr klein. Vielleicht war das deswegen auch richtig gehypt und so. Ach Mist, ich hab keinen Autotech drauf gekriegt. Schade, dass das Schild dir keinen Attack-Speed-Buff gibt. Ich glaub ein bisschen OP. Ja komm. Ich hab kein Schild. Ich glaub, warte mal ganz kurz. Na jetzt muss ich Banane auf. Ach, ja Leute. Aufruf muss ich auch schmecken. Aufruf muss ich mal. Einen ansächen. Na jetzt nach dem Schwimmen irgendwo so krassen Hunger. Geht ab nun mal. Ein bisschen das letzte Mal bespum. Kann ich gar nicht. Sag mal. Aber nicht in der Schwimmhalle. Okay. See. In Hamburg. Ansonsten bin ich Strand gewohnt. Aber stimmt, Hunger habe ich danach auch mal. Ich finde gerade wenn man Schwimmhalle mit Chlor ist oder so, irgendwie hat man dann am meisten... Es gab auch mal eine Zeit, da war ich ganz oft in der Schwimmhalle früher. Täglich halt. Da hat man danach immer die Fressauge gefeiert. So normal könnten wir gleich glaube ich mal rangehen, weil sie hat keine Maler mehr. Also sie kann höchstens Auto attacken und ich habe volle Maler mit einer stärkeren Ulti aufbörst. Lulu Ulti war definitiv raus. Bist wahrscheinlich. Oder mal gucken ob wir irgendwie was baiten können. Ist aus irgendeinem Grund ein Hyping. Hast du mein bestes? Das war gar nicht schlecht. Ich hab schon alles aus und so. Hast du auch grad Lacks ne oder? Eigentlich nicht. Gut. Ah wir haben zwei Kills gemacht heute. Wir hatten jetzt die Kills gemacht. Problemlos. Guck mal wer der ist. Oh ne Scheiße. Ich hab kein Mana mehr. Tut mir leid. Cool. Na ja. Na wenigstens du kommst weg. Ja ich hab kein Mana mehr. Sonst hätte ich ihn weggestoßen mit meiner Ulti. Aber das war halt doof grad. Nö. Nö. Na gut doch wir mussten es drei machen. Zwei Rutsches raus. Problem ist dass man daraus jetzt halt irgendwas wieder machen müsste. Und dafür wäre denn der Jungler wieder da. Gut zu sagen. Das muss man ihm auch mal sagen. Ah letzte Bobbicke hat ja immer gleich Drake gemacht. Das war halt richtig gut. Was hat er denn überhaupt geschrieben. Wait about Noob Gems. Huch. Mumu and Lulu. Achso das ist so vertrieben. Ok. Mumu and Lulu. Ich hab mir doch gerade eben halt das andere Trinket geholt. Ey es ist kurz mich da rappel. Gerade hier dieses Sleeping Lands gold. Anscheinend irgendwie entweder Anzeigefehler oder. Kann er den nicht alleine machen. Na klasse. Ah einen Klappen. Toll. Kriegt er oder? Das war gut von Warwick mit seinem Getränke. Das hat er da absichtlich so gemacht. Macht nicht jeder so. Für uns zwei. Lass mich doch anhütten. Da wirst du so so übergestoßen irgendwie. Unbalanced Champion. Wer denn? Akadi oder was? Akadi ist doch keine Ahnung wo lang er ist Champion. Wenn man gegen irgendwas verliert ist das in einer gewissen. Wie du in einem gewissen Bereich immer alles overpowered. Warst du dabei? Als er Flo zugeflemmt haben und ihn dann reportet haben. Weil er den Champion gespielt hat. Den keiner wusste wie er geht. Hat Urgold ausgepackt. Ich glaube nicht. Und da hat der Toplaner geschrieben. Reportet dich. Weil ich nicht weiß was er champion kann. Im Duel des Außenurts. Weißt du schon wieder was da sitzt am anderen Ende. Eine Intelligenz Bestie. Soll ich auch sagen. Es sind halt auch sehr viele junge Spieler. Und die wissen es halt nicht besser. Adi Atlantis. Ja nice. Welches Game war das? Was soll das letzte Game überhaupt? Wo alle Worts geklittert haben? Hm. Ach so witzig ey. Wir stehen uns eh kaum ins Gewisschen. Der Worts ist eigentlich für wichtig. Okay die hat ein pink Worts dabei. Ach so. Gibt es ja auch überhaupt Attack Damage dazu? Nee oder? Nee. Movement Speed und ich glaube ein bisschen mehr Auto Attack Schaden. So magisch haben. Ja ja. Weht durch die kleinen Poster. Oder Elfen. Was auch immer. Was hast du? Ach du Slow. Das fand ich schon mal blöd an das Fortune. Dass dieser Schuss irgendwie einfach nicht viel zieht. Double Up. Ach doch den haben sie genervt. Den haben sie genervt. Der war mal krasser. Da war der doch in Ordnung. Das ist jetzt ein Witz. Ich muss vor dem nicht mehr Angst haben. Und der ist gar nicht so leicht zu reden. Und der ist gar nicht so leicht zu reden. Was willst du denn? Warte. Fuck. No. Wollen wir mal schnell weg, ne? Oh. 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 Der Jax. Den hat es noch fast zerrissen. Müssen wir weg. Müssen wir weg. Wohl. Na ja. Wir können ihn nicht fighten. Wir können nicht helfen. Das sollten wir sehen. Das sollten wir ja nicht wissen. Na schade. Ich glaub die Sitze. Ne. Ich dachte die besitzt Finken. Als die Ruhte nicht gemacht hat. Ich glaub die hatte keine Mana oder? Oder hat die Ruhte gemacht. Und ich hab die unterbrochen. Mit meiner. So viel schnell weg. So halt ich das hier nicht lange. Okay. Ich bin ja in der Überlegung. Ich glaub ich Majors spiele oder nicht. Fuck. Oh ja. Ich hab die Ruhte. Was ist alles ehrlich? Woher sie kommen? Ich hab nichts verstanden. Ich glaub ich hab alles sehr gut verstanden. Die machen es genau richtig. Die pushen hart. Jetzt kommen die zu ganken. Wunderbar. Wenn Vorvik Ulti hat, hat er nicht. Ich müsste eigentlich direkt ein Kill sein. Ich weiß auch nicht warum sie jetzt sie verfolgen und nicht einfach straight auf Lulu gehen. Weil. Sie ist wahrscheinlich mitbekommen. Achso doch nicht. Na die hat ihr Passiv. Okay. Na ja. Ja das. Das wusste ich grad nicht. Das hier. Ähm. Dass sie da umgedreht haben für Missforschung. Ja. Ja die kriegen sie auch noch. 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 Ja. Das wär sonst. Ja die Verschwendung. Ja sie hat halt. Also ich würde doch nur ein Schild geben. Mann. Geh mir jetzt auf den Sack ey. Zum Glück hab ich noch kein Mage Eyes. Ach hier ist übrigens ein Pinkwort. Ich mach den gleich weg. Ich wollte es nur sagen. Du kannst beschleunigen die mitbekommen. Dankeschön. Das ist so schöne getüllte Hunde gerade. Ist sehr schön. Ich weiß nicht das war halt wo wir gerade waren. Das war in einem Thermom. Das war auch halt keinrieb. klor wasser sondern salzwassern ich hatte dazwischen durch so einen post war ja klar aber als das was zu halten uns noch so eine rolle kann man jetzt sagen die einer an der kasse sagt war sie seit schon raus ja langsam angehen die sich schon nicht gedacht naja solche jungen spunde können mit unseren hardcore ändern die jeden mittag und abends schwimmen gehen mithalten natürlich nach dem arbeitstag von acht stunden meine schwester neun stunden ich als naja kann sagen hardcore zocker vollzeiten ich habe mal mitbekommen wie unbeweglich ich bin mindestens wollte ich mich den und alter schede das ging aber gar nicht ich hoffe du kommst weg ja mal gut raus gehauen wollte ich sie jetzt ich weiß nicht ob ich hier über die wand geschen kann nichts mehr hab um wegzukommen schreck ist wartet nur so sag es gibt ja kein global gold mehr auch mann ach ja ja wir können jetzt ausrede nehmen ich habe jetzt nicht so oft in season 5 gespielt aber es wird glatt gelogen aber naja sind ja road to platin guter weg aber auch noch vor uns können ja wir können ja mal äh addictions also ich kenne nur die englischen wörter als wenn ich aus england komm äh naja wegen amumu was das wird ein bisschen spekulieren ich denke ja das wird der dritte ultimate skin gehe ich stark von aus amumu denkste ultimate ja ja die haben jeden ultimate skin über solche comic artigen videos angekündigt ich glaube ich weiß nicht ob es bei erster auch so war auf jeden fall bei udia das war ein udia bitte das war genau mit diesem comic ja stimmt dieser eine comic der zum klicken war der war vom stil her genauso ja viele haben ja auf was haben auf viele getippt wer war denn der champion ein ganzes reverb wahrscheinlich ach ne ach ja zion halt ja und k6 waren sie ja haben ja welche spekuliert aber bei k6 würde es auch passen weißt du was soll dazu sagen wuuuuts ja geht der wort ok der wort geht noch 40 sekunden kann man irgendwie in der mitte gehen oder was oder kann man mal klauen hier ne kann man ja ach ja gott верх k6 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 job die komische Städte in den Wettbewerb nicht bekommen darum geht es ging zum Blut wenn sie erlöhnt ist er und den Blut Amur heult schon die ganze Zeit ich hatte nur Akkord und wollen wir können wir können wir nicht besuchen ich will eigentlich am besten jetzt mach doch jetzt jetzt was gute Chance ja ich probiere es einfach aus das sieht doch gar nicht so schlecht aus muss man sagen ja ich bin jetzt nicht so oft gestorben ich bin auch eigentlich der Überlebenskünstler und helfe diesmal mehr nicht wie manche anderen ich kenne die Majors noch was ich geholt habe mit Jana wenn sich diese Person die das Video guckt angesprochen fühlt genau du bist gemein ja alle wenn ich es angesprochen fühlt dann die Person ist es boah ich meine eine ganz genau oder die Person die gerade lacht man denkt selbe Person ich lache die ganze Zeit muss ich mir jetzt Sorgen machen ne 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 du kennst die Person nicht das ist Hurt das ist gut dann bin ich es ja schon nicht ne 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 von einer anderen Truppe weißt du da sollten die mal ganz schnell die Wiege machen ja sowieso low HP nicht so viel obwohl jetzt haben wir es sich da mal ey die haben ein Wort weggemacht find ich nicht nett du Buster Bottem alleine ich bleib da ein bisschen mitte ok 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 Garn, 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 Garn Garn, 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 Garn die ist lebensmüde die ist lebensmüde also ich hab Ulti eigentlich in alles reingehauen und das hat trotzdem gar nichts gebracht schon witzig aber schade ich hätte sie gern noch geschildert irgendwie aber aber ich habe zwei Assists bekommen das Major stackt sich langsam Leute der der die kannst du mit der den nächsten da bin ich wieder dabei vor frag ich mich warum bei akadi reportet der straffel ja die Auf die Wände Ja, Trix ist das ja Boah, ist irgendein Grund, da hab ich gerade einen Hyping, ich weiß nicht warum Ich weiß ja nicht, ob hier geworden ist, das ist doof gerade Aber nicht alle da eigentlich Sie haben auf jeden Fall diesmal definitiv kein Boot Für Jax halt Ja, und so Alles Okay Ich hab weggepink, weil ich runter will, nicht dass sie jetzt auf jeden Fall rein Die wollen anschauen Die wollen anschauen Die wollen hart ein Dieb rein Das waren bestimmt grad 20 Minions und 25 Minions Zwei Pink Wars schon mal umsonst besetzt, sehr schön Ich bin hier der Pink Wegmacher Der dritte Pink Der Pink Wegmacher, der Wort Wegmacher, okay Oh, wir haben einen Blutheimer, da ist grad keiner, oder? Moment, ne schnell Aber sei vorsichtig Beim Freu Ja Ja Manger Aber ich müsste langsam Tanki bauen, es war wieder schön den Schneidersitz hinsetzen, es ist irgendwie am bequemmsten und ich kann am beklopptesten Damage spielen irgendwie oder so nicht. Ich habe Exhaust jetzt auch wieder da, ich mache Exhaust entweder, na gut, das sind 3 Champions halt. Jax, Jax ist glaube ich am schlimmsten, obwohl Zett auch so ein All-In ist, aber... Ich versuche dich am besten irgendwie immer zu beschützen. Okay, unser Jungle geht weg. Ah, es ist gar nicht so verkehrt. Nicht nicht fighten jetzt hier, sondern... Ich will, dass sie weggehen. Es ist Blitkram und dann... Wuuuuii! Jetzt darf man es nur nicht so dumm von der Mumu coolen lassen, dass er halt... Das wird der... Ja genau, das ist nicht das, was sie wollen. Das ist das, was sie wollen. Wir sind voll außerhalb von einem. Und dann macht die Akali, was sie am besten kann. Ich denke, ich denke. Geh, geh weg. Ah, okay. Kann ich wirklich nicht schwören. Ah, jedes Mal, wenn sie ein Champion killt, trifft sie eine neue Aufladung auf ihre Ulti. Das heißt dann springen, einkillen, springen und einkillen. Oh mein Gott. Das ist das Armer, ey. Geiles Ding, geiles Ding. Ich hab zwei, sieben, ey. So genial. 1-1-5. Jo, hör nach wo ich weg. Jetzt, genau. Nicht, dass ich selbst einen Fehler mache, über den ich nicht mehr so bei anderen weine. Counter-Klitz. Bisschen greedy, oder? Bisschen greedy, oder? Bisschen greedy, oder? Übermütig. Ja, ich glaub da, ich glaub nicht sterben. Ich bin in einer Überlegung, wo ich mir das eigene Item hole, dass es dir ein Schild gibt, um mehr Attack-Speed, was, ne? Was meinst du? Ja, es profitieren zwei davon. Wof ich und ich, Akali nicht. Ich glaub ohne, ich hab schon gelockt. Na, ich hab schon gelockt. Lass mal. Lass mal so. Du kannst aber Momos dann wegmachen. Wenn du nachher auch das andere Ding da holst. Achso, ich kann's aber auch gleich weg, äh, holen. Ne, egal. Ah, das ist die Frage, ob das so wichtig ist. Ja, ich finde halt, in der Momos dann kann ich auch halt mit meiner Ulti wegmachen. Mit zwei Skills, finde ich halt. Finde, finde schon gut, aber, ja, so nötig. Naja. Passt doch mal auf, mein junger Padawan. Du hast das Schiss 1.1.6. Krass, ey. Ja, dafür hab ich gut gefahren, ne? Naja, klar. Kann man nichts dagegen sagen. Ich mein halt nur, es ist schon krass irgendwie. Boah, wir werden diesmal hier durchgezogen von Akali. Ja gut, man muss dazu sagen, Akali ist aber auch ein Champion, wo man sagen kann, die nimmt sich jeden Kill, weil die halt das perfekt uptime kann mit ihren Air, meine Meinung. Aber es macht auch einen guten Job, muss man dazu sagen. Kann sie jetzt nicht nur rum behalten. Wenn sie, wenn sie einmal ins Rollen kommen, nö. Gibt doch Akali, die es verkacken. Aber ich glaub, deren Team vorher, eigentlich müsste Jax, müsste sie ganz gut auseinander nehmen können. Ich glaub, die sind schon ein bisschen toxisch. Ich denk mal, der Set hätte schon richtig rumgeholt. Richtig rumgeholt. Ja. Oho, ich seh hier was. Alles. Oh. Tut mir leid. Alles cool. Alles cool. Siehst du, hol' ich meine Kids. Noch locket gegeben, schön. Ich kann halt alle mit meiner Ulti rausholen. Das ist halt der Hammer. Das ist einfach nur der Hammer. Ach, deine Ulti ist schön, wenn der Hammer umgaget. Wie wie ich grade eben. Das war sehr schön. Ja. Exos wieder vergessen, da einzusetzen. Oh nein, gut. Die ging das so schnell runter. Jjjbp. Hey. Was ist da los? Das ist souverän runtergespielt. Achso, ja. Das war nicht schlecht. Dann meine lieben Damen und Herren. Wir hören uns bei der nächsten Folge bei Road to Blatien. Ich denke mal mit Riko. Ich sag jetzt nicht vielleicht mit Riko. Ich denk mal mit Riko. Und ja. Tschaußen. Ja.